Yo, hey, zurück zu Assassin's Creed. Ich bin hier noch in Akkorn. Ich habe die Türme alle freigeschaltet. Ich schalte mal kurz auf die Map. Also hier waren rundherum Türme drin, elf Stück oder sowas. Und ich bin jetzt wieder bei dem Kontaktbüro hier vom, also beim Büro des Kontaktmanns, so wie ich mal sage, Verbindungsbüro. Geil, cool. Super, gut gemacht. So, wir müssen über das Dach da rein wieder, wie beim letzten Mal auch. Tschaka, mal gucken. Ja, tut das. Okay, gucken wir mal. Da kommen wir wieder raus, so. Tschang, tschang. Okay, so. Dann wollen wir da mal hin pilgern. Und zwar, da muss man klauen. Was ist das hier? Ein Informant. Okay, lassen wir den Informant mal angucken. Informant. Okay. So, möglichst hier keinen anrampeln, weil ich habe ja keinen Nervaufschlägerei. Das ist schon mal Bürgerhilfe. Jetzt erstmal nicht. Oh, da geht es gar nicht weiter. Ups. Okay, also wir gehen hier lang. Das ist schön um die Ecke. Äh, Breakdancen. So, ein Informant. Da bin ich hier auch so. Da komm ich so nicht hin. Oh, weh. So, Informant. Ich gehe das Dach jetzt lang im Eis. Ja, was zu tun für unten. Was tut ihr noch der voll Quatsch? So, das sind noch 60 Meter. Das ist schon noch ein bisschen weiter weg. Ich habe jetzt keine Zeit, die wir die Bürger zu retten. Das ist, glaube ich, auch hier in dieser Stadt ein bisschen gefährlich. Jetzt mal kurz gucken, hier lang. Ah, hier auf dem Platz, oder was? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, oh. So, ich möchte ganz, ganz entspannt sein. Ich flehe euch an. Da oben steht an, das könnte ein Informant sein, ne? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar München. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine München. Ja, also du stehst da ein bisschen im Weg rum. So, bist du der Informant? Okay. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar München. Nee, nein. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Okay, da oben, die Dinger. Oder was? Das ist so ein Rundkurs. Oh. Ach komm. Schon verkackt. Oder was? Krabbel da rauf, bitte. Und hier rüber. Aber tut er das, weil er Fähnchen einsammelt. Was macht er denn, der Fögel? So, und jetzt da rüber, okay? Okay. Komm, rauf. Ach, bitte. Naja, dann schaffe ich das nicht. Schon so rum, Dabble. 1,50. Okay, da rüber. Und viele noch? Und das alle? 18 von 20. Scheiße, sind die anderen zwei? Na gut, komm. Das muss doch reichen. Okay. Ach, da in der Mitte ist auch noch eine. Ist das die? Nee, oder? Komm. 18, das war eine normale. Ach, wo habe ich denn eine übersehen? Komm. Ja, die müssen am Anfang irgendwie wie sie sein. Dann habe ich die übersehen, oder? Komm mal hier rüber. Kommt nicht näher. Ja, offen gestanden ist dann halt dieser Parcours halt nicht mein Ding. 19 Sekunden noch. Okay. So, wo ging es denn lang? Eigentlich nicht in so einem Schwergebiet, ne? Das war ja irgendwo hier drüben. Und hier. Komm, laufen wir zu ihm zurück. Und er sagt dann zu dir, Mensch. Junge, du warst auch schon mal schneller. Jetzt wirst du, wo er war. Ah, der wird schon wieder auftauchen. So, also Herausforderungen. Da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas cooles. So, hier hinten belauschen wir mal was. Oh, abgestürzt. Was hat ihn denn so erinnert? Na, da kann ich natürlich... Okay, hier lang. So, das ist recht weit entfernt. So, wir gucken das hier nochmal durch die Relle. Weil er es eilig hat. So, hier müsste es irgendwo sein. Die beiden, die da stehen wahrscheinlich. Die irgendwie stehen. So, die beiden. Nein, bitte gehst du nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Alter, gehst du mir auf und zeige. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. So. So, mal fokussieren. Ich dachte, das wären die beiden da drüben. Ja. Habt ihr von der Langehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft. Und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Okay, das ist schon mal eine gute Info. Okay, was haben wir noch? Da ist noch ein Informant. Hier muss ich noch was aus einem rausprügeln. Gucken wir mal. Ich bin arm, krank und unnötig. Bleibt stark, Bürger. Bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfung in viele sein. Wissen, dass Gott über euch wacht. Okay, hier muss ich mal einen Frügel. Wer ist das denn? Geh mal da unten hin, oder? Setz mal unten auf die Beine. Ihr sagt, er wendet euren leidenden Rücken zu. Aber das ist ungericht. Unwahr. Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch. Und kann nicht alle retten. Wird sogar bewacht, der Kollege. Und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde. Schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld. Wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. So die Wachen bleiben da, oder? Gnade. Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Sie müssen erst mal diesen Vogel hier loswerden. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Oh. Schling. Oh, das hat der andere natürlich nicht gesehen. So, ich muss los. Okay. Was wir alle chillen, müssen wir fragen. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? Weil ich meine, geben wir uns die Infos. Okay, dann haben wir hier noch einen. Tasche-Leap, den wollen wir uns klauen. Lass uns mal gucken. Ich glaube, wir mal hier rüber. Also nicht, doch. Was macht denn da der Vogel? Immer am Klettern. Klettern in der Maße. So, komm. Du kannst doch da raufklettern, genau. So, ich gehe lieber über die Dächer. Es ist zwar gefährlicher, weil die ja mittlerweile bewacht sind. Aber... Aber da rennt man nicht so vielen Leuten vor die Füße. So, lass uns mal gucken. Hier drüben war das mit den Typen. Oh, ein Fähnchen. Nein, theoretisch hinter der Mauer. So, ich gehe mal andersrum. Oh. Ist wirklich hinter der Mauer. Das ist natürlich nicht so gesund. Mal gucken. Oder ist es gar da drin? Nee, oder? Oh. Muss ich jetzt hier rein? Nee, ist auch nicht. Kommt man da rein? Er muss den Verschallern verloren haben. Ja, muss er. Ich sage, ich komme mal hier rum. Alter, muss ich da rein, oder was? Wie komme ich da rein? Guck noch mal eben. Hier oben kann ich da irgendwie rein, oder was? Also, dass hier im Fenster auch noch ist. Nee. Hier. So, hier soll das irgendwo sein, ne? Kann ja aber auch nicht irgendwo rein, oder so. Spann wir ihn runter. Ja. Okay, das ist erstmal blöd. Ich gucke mal dieses andere Ding da hinten an. Das da. Ich darf irgendwie rankommen. Oh, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Oh. Nein, ich stirb. Völlig normaler Mensch. Nein. So, jetzt mal unter uns. Wo ist es denn hier? Ich meine, wir sind Platz noch nicht, ne? Oh, 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 oh. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Hier im Innenhof vielleicht? Nein. Hier quasi. Was schlecht, die Typen hier. Hallo. Du musst dich sofort darum kümmern. Diese Taue sind völlig verrottet und müssen ersetzt werden. Wenn wir noch länger warten, wird es einen Unfall geben. Ich verstehe. Aber was ist mit den Häusern, die ich reparieren soll? Das einfache Volk kann warten. Was tun sie schon außer jammern und klagen? Die Ritter dagegen opfern sich, damit der Rest von uns in Frieden leben kann. Aber wo sollen sie hin? Die Regenzeit wird doch bald beginnen. Ich sage es nicht noch einmal, Junge. Tu wie dir geheißen oder ich lasse dich in Ketten legen. Ja, Herr. Das erste vernünftige Wort von dir. Du hast die Pläne. Also geh ans Werk. Okay, er hat die Pläne. Komm. 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 Oh mein Gott, was ist denn bei euch los? Das war dann nur ein bisschen Taschendiebstahl, wir gehen, oh mein Gott, so komm hier rauf. Oh, klappt nicht. Ja, ich glaube nicht ab, wenn Sie können wollen, nach dem Trick mit dem Heuwagen. Okay, hat nicht geklappt. Oh, überall runterfallen, naja gut. Ciao. So, komm, ihr seht euch schon wieder. So, jetzt sind wir jetzt mal auf dem Dach vernünftig. Oh, mit Fäusten ist natürlich auch ein bisschen schwierig. So, ich muss laufen, oder? Ich bin nicht mehr fertig. Äh... Oh! Oh! So, jetzt müssen wir es nochmal machen. Sind das diese beiden Vögelchen hier? Ja. Oh, komm. Oh, komm. Ah, okay. Ich starte gleich nochmal. Oh. Das ist furchtbar. Was ist dieser arme Seele wieder? Okay. Wer hat das getast? Was ist passiert? Okay. Lass uns mal gucken auf der Map, was haben wir noch schönes. Also das hat nicht geklappt hier, ne? Da weiß ich nicht, wo ich das finden soll. Naja, komm, ich guck mir das nochmal an. Das kann jetzt nicht... Da habe ich mich irgendwie vertan, denke ich mal. Hoffentlich zumindest. So. Ah. Glück gehabt. Mann, Mann, Mann. Komm, kabel die Leiter hoch. So. So, nochmal gucken. Das ist halt eigentlich bei diesem... Gebäude mit den schönen Dächern hier. Mit diesen schönen Dächern. Ja, das muss er in der Tat. So, komm hier rauf. Okay. Nochmal gucken. Also irgendwo da drüben. Ich komm hier aber ja nicht rein. Ach komm, was machst du denn da? So, also. Das ist hier bei dem Turm quasi. Drinnen. Irgendwie, oder? So, würde ich das jetzt mal interpretieren. Also quasi hier drunter. Man muss jetzt mal gucken, ob man da unten irgendwo rein kann. Geht das vielleicht? Irgendwo rein? Da? No. Okay, ich lauf einmal rum, weil... Ich kann mir nicht vorstellen... Ah, hier vielleicht. Nee, hier ist auch kein Eingang. Da kann man nicht rein. Nein. Ah, kann man hier rein? Nee. Ich lauf nochmal zurück. Entschuldigung. Oh. Da kann man nicht rein. Oh. Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Lasst Vorsicht warten. Hier vielleicht? Dass sie hier irgendwo in so einer Gasse stehen? Aha. Okay. Wie komme ich da denn vorbei? Bitte Herr, habt ihr ein wenig Geld? Ja, toll. Bitte gib mich da einfach! Nur ein paar Münzen! Bitte! Gib mir doch ein bisschen Geld! Ein paar Münzen! Ich kann jetzt nicht wegschillen die Tür, oder? Aber ich brauche auch Geld, Herr! Kann ich mich denn da runterhangeln? Sowas irgendwie ist? Irgendwie so? Ja. Könnte sein. Hm. Da rein? Oh. Hinfort, ja. Hinfort, ja. Okay. Komisch. Also, der Typ ist auf jeden Fall da drin, ne? Hm. Hm. Also, rein komme ich schon mal nicht. So ohne weiteres. Hm. Was? Ihr wisst nicht einmal, wie man das benutzt. Okay. Feiern versuchiert. Also, da komme ich so einfach nicht rein. Ich gehe einfach mal zurück in die, ähm, zu den Kollegen hier. Und frage mal, was er so erzählt. Oder Informant. Na ja, Informant hat ja eben genervt mit so einem, ich laufe irgendwie. Obwohl. Lass uns dann mal hingehen nochmal. Das kann ja jetzt so schwer nicht sein. Komm, es wird kein Schwert. Nein, 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 nein. Brauchst du nicht. Alles easy. So. Jetzt, mal kurz, welche Richtung geht das? Ah, Mann. So, ich will ja auch in die ganz andere Richtung. Ich wollte es auch nicht fighten. Ich laufe jetzt einfach nochmal. So, entkommen und jetzt mal gucken, dass wir hier mal finden, wo der, ist wahrscheinlich wieder dieser Typ am Platz, oder was? Neee. Neee. Ha! Das wird dich lehren zu stehlen! Will mir denn niemand helfen? Meine Familie ist sterben. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Wo soll das sein? Da hinten um die Ecke, oder was? Ah, in Informant. Lass mich raten. Atair! Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akon, seit die Kreuzritter die Belagerung begangen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Okay. Und wen? Und wo? Und was? Die Dilemma, die da blinken. Wie viele sind das? Einer, zwei. Informanten ziehen. Okay. Lass mal gucken. Wer könnte das sein? Okay. Wer ist das? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ja, hier. Ihr macht mich den aufhalten, bevor er sich verletzt. So, ich will aber bitte das hier. Bitte, Herr. Habt ihr nicht Geld? Ganz unauffällig. Nein, bitte. Geld nicht einfach. Mann, geh bitte weg. Oh, was ist hier geschehen? Man weiß es nicht. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Nein. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das nicht. Was ist getan? Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Okay. Gut. Es gibt jetzt hier mal... Was ist noch mal... Opsi. Was haben wir denn noch? Also da kam ich jetzt so ohne weiteres nicht rein. Ich will nochmal diesen anderen Informanten... Den mache ich nachher nochmal. Und dann gucken wir mal, was... Was der uns erzählen kann. Okay? Also. Bis dann. Tschau. Tschau. Tschau.